Ja, mit einem herzlichen Herzen Willkommen und Herzen zu einem weiterparten Let's Play Fake Red Order. Ich bin der Samson Mafixer, wir sind hier in H&Q und sind nun mit Kaldé hier angekommen. Set Party Pre-Battle, schön, dass der Text jetzt so ganz klein ist, dass man ihn auch kaum noch sehen kann. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, wir haben ein Ziel, liebe Leute, denn es ist unschön in der Region. Wir haben erfahren, dass hier Limbo sich dort befindet und für Unruhen sorgt. Wir müssen natürlich den K-Star besiegen und sind deswegen in diese Singularität an der Seite von Danzo und unserem guten Fuma gereist. Und nun ist es an der Zeit, hier ein bisschen auf Monstersuche zu gehen. Dazu haben wir ja schon mitbekommen, dass hier ein Keralkrieg stattfindet, was natürlich ganz interessant ist. Und wir sind hier in der Region von D, wo die Four Holy Kings und unsere gute Mamoraiko unterwegs waren. What is this place? Did the Rayshift work? Kotaro, Danzo? Yes, Master. It is I, Danzo. I scanned the Aetheronics and confirmed that our Rayshift to the Hayden Period Capital was successful. However... In regards to Lady Mash and Lokotaro, I cannot see them anywhere. Now can I sense the magic energy signals. I also cannot find any sense of their presence, such as Footprints and Lady Mash, Keiser, Shinobi Cipher and Lokotaro's. This is truly baffling. According to my Prince, there is a map that I can confirm we are in an inhabited area in here in Kew, Southwest District. However, give Lady Mash and Lokotaro's absence and the fact that I am unable to correct no one, Kalea. I am forced to conclude that you and I are the only ones who have arrived at our destination successfully. This is my bill, him was doing. Yes, it may well be. Hoffentlich macht er nicht dasselbe mit ihr wie letztes Mal, wo er sie ja auch als Puppe herhergenommen hat und gegen uns gestellt hat. Master. As we countermeasure against interference in the Rayshift, we were implying, äh, presence concedement. Lady Da Vinci came up with the idea using interference that I collected from the Shinjuku Pseudor Singlarity. Sabo could use Magical Resistance, Kassa could use Terror Creation, and so on for each class. Natalie, both Lokotaro and I used the skills that we are directed to during the Rayshift. Just, but just before the Rayshift ended, I felt an odd disturbance in my magic energy. Almost as though I had to run into a Bounder Field. That must be what interfered to her with Lady Mash and Kotaro's Rayshift. Yes, I believe so. As a matter of fact, I happened to send Lokotaro's magic energy there only for a moment. This is only my speculation on my part, but I think Lokotaro may affect it as a decoy to draw the enemy's attention. If that's true, I can only assume he wanted you to have at least a servant buyer on your side, rather than one. I see. So, he sent you ahead to help me. I believe so, yes. A painful reminder that there are areas where my skills are left wanting. Lokotaro, on the other hand, is a true shinobi. At any rate, let us take our stock of our situation. It seems clear that you and I were the only members of our party sector before they reached our destination. At present, Lady Mash and Lokotaro were about remain unknown. The Rayshift interference could have sent them both back to Novum Caldea. Or they could have each arrived at different locations somewhere in here in queue. Let's start by doing what we can. We keep an eye out for Mershin Kotaro. And figure out a way to restore communication with Novum Caldea. Understood. Then let us get moving and begin our search for our teammates. Oh, we should also try to find a local who can help us, such as Lady Raiko. As for the outcomes interference, our solution will vary depending on the type of boundary field the enemy is using. If I can just find the boundary field edge, or perhaps a seam, I should be able to re-establish contact. Come on then, let's go. Yes, Master. Wait just above it. Oh, that is something in those shadows. No, multiple things. And I expect they each contain a great deal of magical energy. So, with the urge shield, slowly and carefully... Get behind me, please. I was too careless. How did I fail to notice that it was reading sooner? There must be assassinated with presence conceivment. All monsters that are exceptionally skilled at hiding. Wurde einfach gigantische Monster und du hast einfach nicht aufgepasst. Master, get behind me now! What are those things? They appear to be enormous creatures with multiple legs, but more partly, they are clearly hostile. Conditioning combat routines. Unlock all mechanical ninja arts. Since they cannot securely ascertain their strength, I see no reason to halt back. I ship before I employ every tool in my possession. Let's begin. Okay, liebe Leute, dann räumen wir doch mal auf. Von mir aus nehmen wir doch gerne dann so. Im Support. Ne, liebe Leute, dürfen wir nicht mehr nehmen. Wir müssen inzwischen auch Bomb-Points haben, liebe Leute. Also, alles gerade, weil... Leute, wir werden natürlich einen Servant testen, den wir theoretisch nicht kennen. Praktisch, aber natürlich sehr genutzt. Außer, ausnahmsweise würde ich mal sagen, gönnen wir mal Umu nicht, wenn hier ein Haufen an Lands ankommt. Weil, na, wir müssen ja mal ein paar neue Servants testen, bevor sie uns dann in den kommenden Fights der mit den Allerwerttesten versohlen. Wovon ich einfach mal sehr stark ausgehe. Auch wenn ich es nicht unbedingt hoffe. Und dann, liebe Leute, ist es an der Zeit für unseren ersten Fighting-Hain-Q mit wirklich ekligen Monstern. Die, die mir sehr gut durchgetrainiert sind. Oder? Keine Ahnung, ob das Training ist. Also, erstmal. Zack, zack. So. Äh, Ibuki ist ja ein Buster. Äh, AOE-Saber. Hat den höchsten Damage von allen Sabern im Spiel. Äh, was natürlich sehr schon mal für sie spricht. Und ein bisschen simpler Servant ist nicht der komplexeste Servant, aber sie hat halt ein mega gutes Schadenspolizei. Und mir ist es gerade aufgefallen, ich habe was Dummes gemacht. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Äh, ich wollte eigentlich natürlich die MP abfeuern, aber irgendwie, irgendwie habe ich das jetzt nicht gecheckt, dass sie hier vielleicht eine 50% hat. Ich bin sie so gewohnt, einfach mit Castoria alles rauszuhauen. Aber es ist auch in keiner Weise schlimm, warte mal, denn dafür haben wir unter anderem ihren zweiten, äh, äh, Skill hier. Genau. Gibt uns hier nämlich ein Buster ab und... Und Sterne. So. Ibuki sorgt sie natürlich allein. Ist auch wurscht. Kann man ein bisschen, kann man ein bisschen mehr drum spielen. Mit ihr. Gleich mal zum Wissen. Irgendwie, ich wollte eigentlich die MP abfeuern und das beenden, aber okay. Lief jetzt nicht so wie geplant. Hahaha, das ist echt dumm, man. Klar, vielleicht hätte ich 50% Start zählen, also das... Leute, Max ist komplett dope hier. Ähm, aber wie gesagt, Ibuki, mega nice Servant, äh, krasses Crit-Potenzial. Äh, sehr tolle Face-Karten. Und, äh, nicht das beste MP-Gain, das ist hier großer Nachteil. Aber dafür hat sie eine 50%-A-Batterie, kommt natürlich auch bald ein Servant, der das auch kann. Aber, das soll sie jetzt nicht daran, äh, aufhalten, dass es nicht schlecht ist. Ignore Vincibility AC, ignore, äh, Defense, besonders Ignore Defense, mega wichtig. Größter Nachteil ist eigentlich bei ihr relativ simpel, und zwar, dass ihr MP-Damage von Hausers sehr, sehr gering ist. Also, ähm, normalerweise, also nicht nur das Authority übertrifft, äh, auch die anderen AOE-Saber-Einheiten, die noch kommen, tun sie locker, äh, Out-Damagen. Aber hält uns nicht natürlich darauf, Best Snack anzubieten. Denn sie ist nicht schlecht, und, äh, das sehen wir auch hier. Ähm, auch wenn das MP, wie gesagt, nicht den höchsten Damage macht. Utility-mäßig ist das echt geil, weil es auch noch ein Buster downert, was wir jetzt nicht sehen, weil es, äh, hier den Gegner instakillt hat. Okay, ja, wir haben auch Black Rail. Ähm, und der Vorteil in der Sache ist halt, äh, besonders in Challenge-Quest natürlich, dass sich das dann stackt. Und, äh, wenn sie dann eine Buster Brave Jane macht, unter anderem mit Merlin oder wem auch immer, dann kann das natürlich zu exorbitanten Schaden fügen. Also, ähm, ein sehr, sehr schöner Servant. Nicht nur von der Optik, ich muss es immer wieder bedienen, auch vom Gameplay her. Ja, I fell for my decoy. Fumor-Missile! Am I self-black blades? Monster! Oh, striptease. No, der ist nicht gerade nur hier. Nein, das ist nichts. All right, four spiders. Monster, try this for us. He went Deathstorm. All right, Master. What about you? You obviously hurt. Oh no. This is another problem. As you can see, my self-repair function is intact. I will be fine. There is nothing to worry about, since my spirit core remains unmimaged. I am very sure. I am not about to fall, uh, now. If Lady Mason Law could allow, now I am not here, then it forces me to keep you just safe and, sa- uh, sa- just as safe as they would. Word answer. You are amazing. On the other side, those are the creatures we encountered, and we are truly, uh, terrifying opponents. I do not have only records of the larger spiders creatures and their database, now that I remember seeing them myself during the age of war. As I thought, they are demonic beasts, straight from the age of gods. Well, at least they are my clusters that remind me from my many opponents. I have, uh, fought in the simulator. Either way, it looks like weird, but I avoid fighting them as much as possible. Oh, great. Lady Da Vinci has taught me that Japan was home to many ancient mystics. Even during the age of war, I remember seeing oni and monsters. But even so. I never would have expected such a fearsome beeist, uh, to, uh, be wandering around a city only a few hundred years earlier. If it is any indication of the current state of affair, this land may be more nightmarish than, uh, we had dared. Truth be told, I am still reeling from the shock. I guess the locals must be pretty strong then. Indeed, I only hope we can win and a 1 over to our side soon, since an ally would be a great boon. But, at a chance they prove a foe rather than a friend. I will do whatever I must protect, Master. The universe should cost my life. Danso. Keine Selbstopferung mehr. No mind it. It is not important. No matter what the opponents you face, my duty remains the same. I must keep Master safe. That is all that matters. Thenso, we have this done already done. Keine Selbstopferungen. Can you just leave it. Can you just leave it. Also, dann schließen wir erstmal den ersten Act up. Und hoffe mal, dass das nicht darauf rausläuft. So, ich nehme meine Castorio mit. Und diesmal müssen wir das ein bisschen anders timen, liebe Leute. Wir könnten auf einen fetten Crit-Zug theoretisch auch warten. Von Ibuki. Machen wir aber jetzt ausnahmsweise mal nicht in. Ich hoffe einfach mal, dass wir ein bisschen Glück haben. Kann ich ihn nicht nutzen. So, dann geben wir ihr das zum Tammy raus. Obwohl Tammy mit Black Rail wäre jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig schlecht. Wäre schon eine sehr gute Investition. So, und tun die Dame hier rein. Äh, ja. Das sollte... Oder warte mal. Ich überlege nur, ich überlege nur. Ach, nee. Merlin's Buff machen wir nur. Das passt und so. Gut. So. Schauen wir mal, ob da noch mehr von diesen, äh, super muskulösen Monster-Spinnen auf uns warten. Alright, Master. Ich habe rekord all die Informationen, die ich kenne, über die Creatures, die wir vorhin hatten. Wie gesagt, earlier... While I do use skills similar to natural consuming, it is more kind to camouflage than the true consuming employed by an Assassin. So, as long as I make full use of my sensors, I should be able to boost my detection rate by a far greater degree than usual. Fuller skillet, Karakunich style. Ja, das Creatures will no longer take us by surprise. I can tell I am in good hands. Thank you, Master. I didn't rate. There you have it. If any more spiders should try to approach us, I will know about it. That said, Master. If we are somewhere in the old capital, and the place is truly as deserted as it appears, then we should make haste to leave before any other deadly creatures show their face. Good point. Let's find somewhere safe. Then come this way. Master. Forgive me for speaking to you from out of sight. I have detected a creature, not far ahead. But we are not. I shall deal with it. In the meantime, please go around the creature and make your way toward the nearby road. I will give the creature the slip once you've made it there. If we are lucky, there may be even an officer to out on patrol. All right. I shall see you later. Wait! Yes, Master. It's a risk you to fight alone. We're better off sticking together. But, Master. Then we'll put you in. Right, understood. Forgive me, Master. I should have known better. That's just the kind of person you are, isn't it? Well, then. I will gladly fight by your side. I feel the twinks of shame using my more underhanded shinobi techniques in front of one as noble as you. But if that's the price I must pay to fight by your side, then so be it. Here it comes. Get ready. Alles dort. Leute, man. Ich mag dann so. Wie gesagt, seit Shimoso, sie und Kotura sind mit der CRS erst gewachsen. Aber ganz herzlich, dass ich kotze mich immer an mit dir im Gerät. Jetzt opfere ich mich. Peredo, eine Maschine. Master. Du musst leben. Das mag ich nicht, liebe Leute. Wir kommen alle hier glücklich raus. Obwohl, wenn Leben bekommt, wird es wahrscheinlich irgendwann wieder als Selbstmord. Waffe benutzt, aber das ignorieren wir jetzt erst mal. So. Heine Claps Advantage. Kann man gleich mal schauen, ob der Damage bei ihr funktioniert. Ob da was G'scheites bei rauskommt? Ich glaube, das wird jetzt nicht für den Kleichen. Mit Black Grey wahrscheinlich, aber ohne denke ich nicht. Aber ist nicht schlimm. Machen wir zwei Züge. So, haben wir noch ein dickes Buster ab. Ah, verdammt, Mann. Aber einer ist gestorben. Der vordere Überleg... Uh, 2000 Übel. Übel, übel, übel. Okay, aber jetzt in Ordnung. So, Himiko ist super gemacht. Bitte aber keine Kritsers mal aufsaugen. Jetzt hat man doch Merlin dann noch gebraucht, Mann. But, okay, erst, liebe Leute. Jetzt ist Merlin time. Machen wir noch mehr Damage hier. Und jetzt ist mal wieder Zeit für einen Big D'Sansang Move, liebe Leute. Wenn man D'Sansang 1 machen kann, dann ist dick drauf an. Oh, Dark Priest, liebe Leute. So, weg mit dir. So, come and get some. Und dann haben wir das Fisch weg. Aber das sollte, ich würde sagen, dann kein Problem sein, liebe Leute. Denn, äh, dunkle Priester, liebe Leute. No problem. The best Single Target Caster, Baby. Ist so nice, Mann. Dass ihr halt einfach mit Black Rail und dem einen Penta einfach instant alles wegkommt. Das ist so mega gut, Mann. Das hat sie auf jeden Fall gelohnt. So, uh, gibt da ein Zuku-Yumi-Mero. Das ist ein Item, was ich endlich mal gebraucht habe, als ich hier mich gerollt habe. Was mich natürlich dann ein bisschen freut, dass ich immer diese Gumbling Gold-Items wegbekomme. Let's go, take this. You know, I think I've seen something like that a thing before. You have. Well, I have no recollection of the events of Shimoser myself. I did view them in Caldea's Database. My EQ circuits are picking up a feint. I knew this match. One of my records. This man of a common vision was manipulating the review of itself. Anandasheide Spider. Now, how could it be so careless? Downzo! She's injured. And I'll to stop me from hitting getting hurt. Please, run for it, Master. I'll hold it off. You must make it to the road. Quickly. I'm not going to let this thing kill me. I promise. Master, no! Here in the Nightmare's realm of He and Kyo, would there not be a fallout of ordinary for a helpless young man defending his companion? Helpless? Helpless, Clay Wurzak. To be eaten alive by a vicious monster. Especially here, in the far outsides of Kyo, where great spiders known as Tsuchigyumo paroled the land. These horrific beasts are truly the embodiment of all that is gruesome and wicked, of the cries of creatures that do not follow the rule of the Emperor. Indeed, any or only person facing one of those creatures could usually expect a meat and swift and horrible ant, shredded and devoured all at once. But, what if, while the person was on attack, a Genji warrior ready to pass by? Well, well. I'm impressed you didn't have on your companion to try to save your own skin. Not bad, not bad at all. Oh, I thought, look, that's not okay. Still, you have rotten luck crossing paths with a Tsuchigumi. Are you the child of one of the nearby warrior families? Or perhaps a relative of some court noble. Stay back. It's not safe to face a creature alone. Please, seek help. Help. You want to call on for help? Me. Ask for help. That's the funniest thing I've heard in ages. Why is this standing around? That's enough of out of your spider. They just killed two? But, my senses didn't even see him move. Please tell us. Who are you? So, a star-finger said Tsuchigumi must be for you. You still face it rather than collapsing in fear. And above all, your eyes still shine with life. You dress in a manner unlike anyone else from this land. Your supplies look as if they were not of this world. And the two of you clearishly are a strong bond. I think I can even sense an unusual type of magic energy from you both. Yes. There is no mistaking it. You are a servant and a master, are you not? Huh. Uh-oh. Well, I think we are a servant of him. You wish to know my name. Very well. I can tell you that much. I'm the head of the records for heavenly kings. Guardians of the capital. I'm the warrior of the Genji and trusted with our most prized sword. Higekiri. Escorting a special agent Watanabe Nutsuna. And so, wie ich das befürchte, unser baldiger Feind, liebe Leute. Naja, Lebelo, ob das was Gutes wird, ob das gut enden kann, ich denke mal nicht. Aber so oder so, wir müssen da durch, liebe Leute. Oh, so schön viele E-Tips, so kürzlich das. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir gut genug verhandeln können gegen ihn. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Klackert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal vom Factment Order. Haut rein und danke fürs Zuschauen. Ciao.